Ihr kennt ja alle bestimmt die schöne Geschichte, die Schöne und das Biest, aber unser Lied, das wir geschrieben haben, heißt, die Schöne, der Buch, die Schöne und der Klapp. Was klopft denn da am Fenster in aller Herrgottes Bühne? Ich glaub, ich höre Gespenster, doch so früh klopfen die doch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, zwischen zwölf und zwei. Und diese Zeit schaut eher der Nachbarskopf vorbei. Und die schöne Nachbarin, öffne mir die Tür, weil ich total durchfroren bin. Halt nackt stehe ich vor dir. Ohne Schuhe und Socken bin ich durch den Wald gerannt. Ach, mein lieber Sportler, gern lass ich dich ein. Mein Mann, der ist grad fort, der lässt mich sowieso so oft allein. Ich werd dir deine Stammel, Türke waden massieren. Danach könnten wir zusammen. Lauf und Kamm, dann hast du gern die Jungs. Ja, du schöne Nachbarin, was liegt dir denn da im Sinn? Mir liegt da was im Sinn, doch legst du dich erstmal hin. Dann wird's dir ganz olympisch, bei meiner Neukaddisziplin. Und die, die nennt sich drittisch, mit deiner schönen Nachbarin. Ja, da ist was dran, das ist ein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt nur eine Weile voll. Ach, denk vor ihm nicht schlecht, doch er ist faul, wie vor der sich drehen. Da ist ihm gerade recht, wenn das ein A dafür gibt zu nehmen. Aber ja, natürlich übernehm ich seine Pflicht. Und auch noch die Kühe, ich und du, wir halten nicht. Unsere Spiele in der Kammer gehen keinen etwas an. Ich sag nichts deiner Mama und ich nichts deinem Mann. Wir haben ja zwei bei dir am selben Ziel vereint. Wir laden nicht in Streiten, keiner des anderen feint. So wie wir zusammenkommen, genauso kommen wir. Immer wieder zusammen, offen bleibt die Tür. Für die Pflicht und auch für die Tür.